Ja momo Leute, euer Zero Year und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo. Wir befinden uns hier auf einer Minecraft Welt, nicht nur einer Welt, sondern einem Server. Und auf diesem Server könnt ihr spielen, wenn ihr Bock habt. Zeigt der Fall nach Norden? Ich glaube der Fall zeigt nach Norden. Und zwar haben wir hier den Technic Legend Server, den Deadline gemacht hat, den ich benutzen darf für meine Community, für mich selber, für euch, für mich, für dich, für uns alle. Und ja, wenn ihr darauf spielen wollt, müsst ihr einfach nur den Technic Launcher herunterladen, Technic Legends installieren und dann müsst ihr nur noch Deadline anquatschen, der verwaltet diesen ganzen Server und dann können wir hier gemeinsam bauen und hier haben wir auch schon eine Tafel. Die gibt es noch nicht so wirklich viel, weil es ja gerade erst angefangen hat. Ich weiß nicht, was das ist. Aktiv? Pickaxe? Tool? Ich habe keine Ahnung für diesen Server. Free Gifts, Geschenke umsonst. Hallo? Na ja, alles was ihr dafür braucht, findet ihr unten in der Beschreibung. Das heißt, ihr Discord, auf Discord quatscht ihr Deadline an, ihr findet den Technic Launcher und ja, das war's eigentlich. Achtet darauf, dass ihr Java aktualisiert habt und zur Not weist ihr Java ein bisschen mehr RAM zu, wenn's nicht geht. Na ja, Tipps, Regeln und verbotene Items. Kein Griefing. Zweitens, beim Handeln nicht betrügen. Drittens, keine Beleidigung. Viertens, kein Mord ohne guten Grund. Bei Fragen wenden sie sich bitte an Lord Huntington oder Deadline. Deadline 1. Okay. Grundstücke sollten markiert werden. Der Transmutationstable ist eine Art Speicher für Blöcke etc. Die Währung ist EMC. Verbotene Items, Red Matter Shares, nur zum Weitercraften erlaubt. Nova Katalysem. Okay, ich hab keine Ahnung, was das Ganze hier ist. Daylight Sensor, wozu auch immer. Wahrscheinlich damit das leuchtet. Ich hab keine Ahnung. Aber wieso krieg ich keine Geflüge? Ich will was umsonst haben. Also ich werd jetzt hier noch keine Folge raushauen, ich wollt euch nur informieren. Wir können uns aber gerne hier nochmal ein bisschen umsehen. Weitere Fragen könnt ihr dann an Deadline stellen, weil ich hab keine Ahnung im Technic Launcher. Ich muss das selber alles kennenlernen und freu mich auch schon drauf. Es wird wie alle anderen Projekte 18 Uhr laufen zwischendurch. Je nachdem, wie gesagt, wie immer, wie viel Likes das Projekt bekommt, umso öfters kommt das. Das heißt, wenn eine Folge kommt von Technic Legends und ihr mögt das, dann drückt dem Ganzen einen Daumen nach oben. Und bei ganz, ganz vielen Daumen nach oben gibt's direkt die nächste Folge am nächsten Tag. Das ist der Deal um 18 Uhr, falls ihr es noch nicht wusstet. So, was haben wir denn hier? Wir haben da hinten Eisberge. Ich weiß auch nicht, wie man sein Revier markiert. Soll ich gegen den Baum pinkeln oder so? Ich nehm einfach mal den Erdblock hier weg. Das ist jetzt mein Erdblock. Ich bin der Erste, der hier was abgebaut hat, freu. Das ist nicht nice. Naja, äh, was ich cool finde, ist, dass wir hier direkt am Meer sind. Ich habe nämlich, ich habe nämlich voll Bock, am Meer zu bauen. Und das hier ist eine richtig gute Stelle. Ach, wahrscheinlich stellt man ein Schild hin und sagt, hey, ist hier hohes Platz. Warte. Bevor mir den Platz irgendjemand wegnimmt. So. Machen wir schon mal den ersten Spatenstich. Und markieren meinen Bereich. Hihi. So. Der Server hat momentan 12 Slots. Ähm, ich weiß nicht, wie es da aussieht. Ich glaube, äh... Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich weiß wirklich nicht, ich wollte gerade Theorie aufstellen, aber ich dachte, ich mache sie aber nicht. Naja. Äh, ansonsten. Deadline wird wahrscheinlich auf dem Discord dann extra für euch eine Gruppe erstellen. Und da werden dann alle Infos wahrscheinlich rein platziert. So, ich... Hab zu viel Minecraft auf der Switch gespielt. Ich weiß nicht mehr, wie das funktioniert. Achso, so. So. Brauche ich ein paar Stickies. So, dann brauche ich ein Crafting Table. So. Ähm. So. Was so? Ja. So. Oder so. Verdammt. Jetzt verzähl dich, du Stock! Ah. Shit. So. Dann mache ich mir hier gleich nochmal eine Truhe. So. Wenn jemand schon mal hier ist, der darf sich gerne ein Schild schnappen. Meins. Zero. So. Sehr schön. Und ich habe hier auch einen kleinen See. Oh, wie cool. Ich habe hier einen kleinen Angelsee und alles. Oh, ich finde diesen Platz ideal für mich. Oh, da ist noch ein Berg und alles. Oh, ich freue mich. Oh. Oh. Festlegen. Vielleicht mal wieder pflanzen. Ja, Freunde. Ich würde sagen, wenn ihr auch mitmachen wollt, meldet euch bei Discord. Das klingelt gerade. Haut rein. Euer Zero. Tschüss. Schöpfe. ...